Spielen Sie Videospiele? Ja. Was denn für Spiele? Fortnite, Minecraft, eigentlich alles. Competitive, Open World. Also, ich spiele manchmal so Fortnite und so Minecraft. Fortnite. Zelda, Breath of the Wild, Playstation, GTA und The Last of Us, gerade zur Zeit. Ich spiele eher so Rollenspiele oder auch so Story-Spiele, was wie God of War. Aus dem Internet. Von YouTubern. Wir benutzen Steam, also, ich weiß nicht, wir haben Videogame, seit wir als Kinder waren. Also, wir haben schon lange gespielt. Ich würde sagen, YouTube und das Internet. Okay. Also, ich kenne sie von meinem Bruder, er ist älter und er hat sie mir so gezeigt. Und von meinen Freunden auch. Aus dem Internet. Das sind Empfehlungen von Freunde von mir gewesen oder so Werbung auf Playstation. Okay. Ich bin schon fast 40 und ich spiele schon seit dem 10. Lebensjahr regelmäßig. Und da lernt man einiges kennen. Und daher spielt er gerne. Und das kennt man auch aus ganzen Zeitschriften und aus den YouTube-Videos, überall wo man was sehen kann. Worauf spielen Sie lieber? Auf PC oder Konsole? Konsole. Warum? Äh, ich habe keinen PC. On the computer. Yeah, we play on the computer. Ich spiele auf meinem PC oder auf der PS. Definitiv Konsole. Auf Konsole. Auf Konsole. Warum? Weil ich auf Konsole viel besser bin als auf PC. Konsole. Warum spielen Sie überhaupt auf Konsole? Dann ist es für mich einfacher, weil ich diese Handhabung mit dem Controller schon viel besser kenne. Und am PC müsste man mehr aufrüsten, weil meine schon über 10 Jahre alt ist und die aktuellen Spiele nicht mehr so funktionieren. Okay, danke.